Previously at Dead Rising 3 Dann können wir ja mehr oder minder loslegen. Soll ich fahren? Ja, ich fahr runter. Wo geht's hin? Wir müssten theoretisch gesehen nach da unten Richtung Safiges Haus. Da hin. Das heißt, am besten jetzt erstmal rechts. Dann an der nächsten... Ah, hier geht's wieder. Äh, nein. Erstmal jetzt hier liegen. Gut. Und schon! Hui! Da geradeaus rüberheizen. Äh... Oh shit! Ähm, so? Ja, aber irgendwie hab ich bei mir immer noch das Explosivzeichen bei mir. Ich weiß nicht was los ist, aber mein Game spackt hier gerade übelst rum. Mann, hab Explosivzeichen jetzt dauerhaft. Ich hab keine Sprachausgaben, warum auch immer. Das ist irgendwie alles ziemlich verkorkst hier. Ist... Naja. Egal. Egal. Was soll's? Kann man hier rein? Schade. Das Interessante ist, dich höre ich. Scheiße! Hier ist noch ein Fu-Park-Dinger aus leider verschlossen. Verbleibende Zeit. Drei Tage bis zu... Genau. Drei Tage und Null Stunden. Okay. Oh ne, falsche Taste. Hier. Äh... Wir müssten jetzt eigentlich genau da rum jetzt... Ich werde gar nicht gefrost. Nacht ist das nicht gut. Nacht ist das nicht gut. Nacht sind die so ein bisschen aggressiver. Ich glaube wir fahren wieder in die falsche Richtung. Jetzt gerade ja. Ich muss mich noch ganz schön freifahren. Alles klar. Auf jetzt. Hier! Ja, jetzt so! Und dann äh... Linke Seite? Ne, eigentlich nur auf die linke Seite fahren. Ist egal, du kannst da jetzt auch da hoch. Das machen wir auch. Das machen wir auch. Wir stehen ein paar Viecher im Weg. Weiß weg! Oh oh oh! Oh oh oh! Raus raus raus! Raus raus! Also wenigstens hat hier das Explosivzeichen wenigstens gepasst. Jetzt sind wir hier und wir müssten jetzt einfach nur noch praktisch Richtung geradeaus runter. Einfach der Straße entlang. und das am besten so schnell wie möglich weil ja ich glaube wir haben beide nicht mehr viele waffen ich habe gar keine waffen okay dann sollten wir ab ins taxi stürmt hat und ja es ist hier vorne hin und dann müssen wir doch etwas zu fuß rennen schatze wo es steht wir treffen uns auf deiner seite schon fast er will ich sagen lauf 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 der erste Abschnitt wenigstens geschafft Scheiße mein Kerl gar nicht mehr schön ich hab da was gefunden das ist zwar nicht mehr ganz so weit egal egal irgendwas ist da gerade eben hoch da ist die Zeit macht mich nervös ok wo muss man da meine du hast es nicht drauf bei dir nein ok wenigstens etwas ja wir müssen eigentlich hier vorne genau ganz stark aus hier können ja erstmal so vorwärts irgendwie da weiter rumäumeln hier geht's da geht's rein aber wir haben doch hier auch das Safehaus in der Nähe ich würde sagen wir versuchen jetzt erstmal hier vorne wenn wir hierher rennen dann müssen wir nämlich zum Safehaus kommen ach das war da oben drauf genau wir müssen ja hier hinten rum her bei der Polizei müssen wir ja eh her hier oben hoch war das genau nein da oben hoch so und dann hier rein ach da können wir dann erstmal wieder ein paar Klamotten auf jeden Fall mitnehmen und das ist echt verwirrend ohne Sound ja das ist ok der ich brauche was brauche ich denn ich brauche da ich will haben getun einen Mechadrache Flamme nee ich möchte ich möchte ein Feuerschnitter nee ich möchte auf jeden Fall erstmal wieder eine Ampel so die Imba Ampel dann brauche ich eine eiserne Klinge ja und dazu nehme ich mir noch den nehm ich mir den Kloscher hm aber ich weiß Wachkatze ich nehme Wachkatze mit so geht nicht mehr Pigi nicht mehr bis zu ja weiter Wachkatze Kölner lief und nun ist schön auch die mit so ja was wenn noch mehr Bones noch mehr was das ganze Mieter was drei Stück er stimmt ja wir mehr wohl aber da ist eine Art Schalter bei der Elm den was da auch der unten war feuerwerk wo die rennen dahinter das ist das denn geklopft und wo ich es müsste es gleich losgehen das ist wieder oben jetzt brennende Falle auch die Erwachsener aber ich habe gewohnt wurde sie sind da das heißt ich habe gerade ein kleines Problem ich müsste mal so 2 jeder einfach mal rein in der Hoffnung dass dann gleich mein Ton wieder da ist in den Hohen wo ich mir jetzt nicht so gucken ob du jetzt widerspiegst sprich mit uns aber keiner spricht da bin ich jetzt froh dass ich natürlich den Untertitel angeschaltet habe den sicheren Ort in den Hohen Das war's für heute. Okay Kannst du sagen, dass die uns nicht mögen? Äh, nicht so wirklich Aber das Interessante ist, äh, man hat es so ganz leicht gehört hier Ja Im Echo Oh, 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 oh Was sind denn die eigentlich? Da ist doch auf, die Deck zu rollen Scheiße, ey, was halten die aus? Schnapp, Vorsicht Ja Ja Sturmgewehr Oh, da kommen gleich die nächsten Oder da ist irgendwas aufgegangen, auf jeden Fall Ja Nein, ich brenne Ja Der ist jetzt erstmal bedient Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier Motorradmotor und wir haben Motoröl Wir haben Bowiemesser Große Rohrzange Große Rohrzange Nee Ich habe einen Taktiker mitgenommen, wenn er hier gegangen ist Die Leute kommen jetzt hier Hier ist eine Tür Batterie Warte mal, da kommt man auch hier Oh, warte mal hier Armeejacke und Hose Neue Kleidung Right, die haben wir schon Die haben wir schon Ja Okay Äh, aber trotzdem Irgendwas konnte man doch hier Bauen Hier ist noch ein bisschen Nahrung, falls du was brauchst Moment Armee Stiefel Ne, ich bin momentan Also wirklich voll Also von dem her ist alles gut Mal Bin ich jetzt hier gerade am grübeln Motorrad Dingens Dann Motoröl Oder war das mit der Batterie Irgendwas konnte man da noch Bowiemesser Batterie Da konnte man noch irgendwas doofes mitbauen Ich weiß aber nicht mehr was Hier ist ein verschlossenes Polizeiauto Sturmgewehr Hm Naja Hupe Welche Richtung müssen wir? Ich glaube hierher, ne? In die Waffenkammer Oh Oh Was heißt du? Super MP Oh ja Das sieht aus wie Sprotflinte und Sturmgewehr Ja Das hört sich richtig gut an Das ist Oh Schön Das sieht gut aus Hier, neues Spielzeug für dich Schusswaffe Ja Oh Oh Äh, was? Oh Ich glaube ich hab dich angeschossen Aber du sagst ja gar nicht, das ist schön Ja, sehr super Jetzt komm nicht auf die Idee, mich doch aufzieher irgendwie Oh, oh Okay, scheint weg zu sein Da haben wir noch Blendgranaten Nämlich die erst mal mit Was zum Ficken Verschlossen Hier liegen Komm und an, das sind aber dicke MGS Das sind wirklich wieder rein Hallo, wir kommen hier rein Verschlossen, verdammt Die Justine hat einen bestimmten Schlüssel Wer ist das denn? Moins Das ist eine Granate Ach komm Nimm mir die komische Granate mit Ich trage immer noch die ganze Zeit den Motor mit mir rum Sag das doch Hier, Motor weg Oh, was war das? Pistole, nee Dieses Teil Warte auf mich Wo bist du hin? Bin nur ein Stück lauge gegangen Oh, das hat sich nicht gut an Schau mal Was haben wir hier? Kaffeesahne Ist noch eine Sprotflinte Ach so Das sind Zombies Hier ist noch eine LMG Und dann haben wir hier noch Leuchtpistole Und irgendeine Hose, die ich nicht nehmen kann Weil irgendwas davor im Weg ist Moment So, die LMG nehme ich jetzt erst mal mit Polizeihose Ich glaube, die haben wir auch schon, oder? Ich glaube, ja Ich nehme sie jetzt trotzdem einfach mal an Pistole Da oben geht es, glaube ich, nicht her Ne, wir müssen da wohl ruhig Hier oben geht es auch mit lang Oben geht es auch lang? Ja Ist die Tür offen? Ja, ist sie Und hier oben ist auch Hier oben scheint es auch weiter zu gehen Okay, da warte, 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 warte Bevor wir da runter Bevor wir da her gehen Lass uns hier erst mal unten aufräumen Ich habe gerade schon ein bisschen aufgebaut Hab' ich ja schon Ja, nur ein bisschen Zellentrakte Vielleicht haben wir hier noch irgendwas schönes Ein Fleischbock mit mir hier Sehr interessant, sehr schön Dann haben wir hier noch Was zu essen, eine Schüssel Hier ist sonst nichts Nö, ist ein Klo Und mir lag da hier was im Klo Das Sache Dir kommt, den isst du jetzt Wenn ich du wäre, würde ich den jetzt essen Ein verdorbenes Burrito und ein Klo-Schüssel essen Wenn ich du wäre, würde ich den jetzt essen Ja, dann mache ich das doch mal Guten Appetit Ich glaube, das war eine sehr gute Idee, auf jeden Fall Ja, auf jeden Fall Ja, da kann man auf jeden Fall jedem empfehlen Ich will dieses Spiel, wenn ich du wäre, finde ich gut Ja Ja, okay, soll ich aufnehmen? Jo, noch mal auf den Weg Feuer Ey, nicht mich! Oh, 1400, da dachte ich... Oh, die schon, das geht los! Oh, da kommen die nächsten Ach, so nichts auf Aber Treppe Auf der, aber Treppe kann man nicht gerade Gerüstet Kann man reden, oder? Das Allah War einer Oh Komplett übersehen Oh, Kleidung! Ich seh Kleidung! Denn Polizeihemd Ist hier So Jetzt bin ich Polizist Gibt's hier auch Polizeihoden? Nein Wahrscheinlich nicht Die Polizeihose habe ich schon an Die hätte ich auch vorher schon gut vorgelegt So ist die Polizeischulein Und meine Superin WM, da Okay Auf geht's Dann ab nach oben Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Die möchte sich mit uns anlegen. Au. Sie zerlegt die komplette Hineinrichtung. Fress meine Ampel! Aber so viel tut ihr das gar nicht. Verdammt, die tut weh, die Ziege. Was er gegen Feuer sagt. Ich glaube, das funktioniert besser. Ah! Wo ist er? Ähm, bei mir hier. Ah! Ich muss echt aufpassen, weil ich bin nämlich fast im Eimer. Oh! Das war ich. Ah, Jacke! Hilfe! Ah, mein Zug! Essen! Mampf! Was? Okay. Äh, Unterstützung jetzt noch mit dabei? Ja, ich glaube. Ja, ich glaube, ich bin jetzt noch mit dabei. Ja! Ja! Los, Mieze! Hol dir die Hilde! Warum sie auch immer Hilde heißt. Wo ist meine Waffe von eben hin? Was machst du da mit der? Was machst du da mit der? Du kannst deren, ihre Granaten kannst du auch zurückwerfen, wie es aussieht. Das ist bleibli, blöde Bitch! Toll! Die ist in der Tasche abgehauen. Okay, warte mal. Katana? Ne, wo ist die denn? Konnte man aus Katana und Feuerwerks? Ne, konnte man nichts bauen. Also wenn noch was zu essen sucht, hier vorne ist noch was. Ja, dann gleich. Okay. Wo ist meine... Ach, da ist meine Ampel. Was zum... Ach, da ist er! Fress mein Schwert, blöde! Fast im Arsch! Wo ist der denn jetzt? Ja, bei mir! Jawohl! Fackelt sie ab! Er wächst! Er wächst! Was haben wir denn da? Vernichtete Zombies in der Nähe von Trevor? Wo ist Trevor? Geradeaus. Was? 50 Meter. Trevor, wir kommen! Dann will ich Trevor mitvernichten. Wo ist meine... Da ist meine Granate. Die waren schon alle tot. Wunderbar, den haben wir auch. Hier 90 Meter in die Richtung. Was? In welche? In eine allgemeine diese Richtung? In eine allgemeine diese Richtung hier. Ja, das wird glücklich. Aus jedem! Weg! welkom! Heilig! Joa, äh... So liegst man natürlich auch. Flup! Flup! Oh, komm! Auf! Du erst recht. Dich vermöbel, ich bin gekolben. Fuck, jetzt geh weg. Oh, ich seh da was ganz tolles. Juckoo! Oh ne, Mann. Ja, ja, schöne Scheiße. So. Du sollst sterben. Ja, ich bin kurz davor. Das ist doch nicht du. Der war auch gerade, ich weiß, was ich wie viele von diesen blöden Feuerwehrleuten. Okay. Na, da ist schon wieder einer. Ja, das Ziel ist immer geworden hier. Fünferkillserie. Ah, da kann ich direkt bei uns. SpecialElevere. Fuck yeah. 45 Kills. Knack. Das ist gut. gut und und jetzt sollte ich mal lang und zu sehen dass ich hier vielleicht ein bisschen wegkomme hier in dieses Gebäude rein da wo ich bin ist eine kleine Bierbar ja ich will ja sein weiter genau in diese Richtung und dann kommt er gleich der Eimer oh ja 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 und hier ist auch hier geht es auch weiter gleich oh das Ding kommt mir bekannt vor, ja wir waren auch schon mal was man das so, wo geht es weiter? gleich die Treppe hoch gleich die Treppe hoch müssen wir ich bräuchte dringend wieder neue Waffen ich hab nämlich nur Müll dabei ich hab auch nicht mehr so viel dabei oh hier hat jemand ein bisschen rumgewütet äh ja wollen wir mal anklopfen? ja sagen wir mal hallo next time at dead rising 3 direkt um die Ecke direkt um die Ecke ich seh ja keiner ach da hinten du hast da so einiges im Schlepptau ja der Nutz der Überlebenden geolig nicht mehr die Ecke